Grüß euch liebe Laufsportfreunde, der Herzog Peter spricht. Ich möchte mir ein Danke an die ganzen freiwilligen Helferinnen und Helfer aussprechen und an allen diejenigen, die bei den so vielen tollen Laufsportveranstaltungen mithelfen. Bitte bleibst in der jetzigen, so schwierigen Zeit noch ein bisschen geduldig und werfst die Flinte nicht ins Korn. Wenn es dann wieder richtig losgehen kann mit den Laufsportfesten, dann seid ihr so wichtig, jede einzelne helfende Hand ist unerlässlich. Also, bitte bleibst geduldig und ich hoffe, dass wir uns bald auf einer großen Laufsportveranstaltung wiedersehen können. Servus!